Meine Starter waren, äh, Evoli, Bronzl und, äh, Klingplim. Ein paar Sekunden später. Woher das nach Para? Solaris, ist das eine ernst gemeinte Frage? Wenn ich gerade gesagt habe, Evoli ist mein Starter. Und auf einmal, Freunde, haben wir kein Evoli mehr im Team. Sondern ein Nachtara. Was ist passiert? A, Evoli hat sich den Cock abgeschnitten, die Regenbogenflagge angezogen und identifiziert sich jetzt als Nachtara. B, wir haben Evoli geopfert und mit Zement an den Pfoten in den See geworfen. Und uns einfach ein Nachtara aus dem Gebüsch genommen. C, Solaris ist leider nicht sehr intelligent und versteht die Entwicklungsreihe von Evoli nicht. Oder D, Evoli hat kein Prime-Sub hier auf dem Kanal dagelassen, obwohl es kostenlos ist. Daraufhin haben wir es so lange verstümmelt, bis es nur noch ein unkenntliches Nachtara geworden ist. Tja, Fragen über Fragen, wir werden es nie erfahren, wie ein Nachtara in mein Team gekommen ist. Tja, Fragen über Fragen, wir werden es richtig, nicht wahr? Vielen Dank.